So, dann geht's auch schon los. Also, hallo, ja? Ja, ja, hallo. Gut, das ist die Zeit, das ist. Okay, dann wollen wir mal weiter machen, ne? Das ist wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Wir haben gar keine lange Pause gehabt oder so, wir haben direkt aufgenommen weiter, ne? Ja, ja, du musstest ja auch bei den ersten gehen. Ja, tut mir leid, ich hatte Hunger. Aber jetzt, nachdem ich viel zu viel Eistee und Spaghetti hatte, bin ich sehr, sehr, ja. Ja, angetan von einer weiteren Runde Mario, äh, Super Mario World. Ne, Monster Hunter 2 in... Monster Hunter 2 in 2D. Ich kann Mario 64 in 2D. Ja, wenn du meinst. Ah! Fass, der hat mich getroffen, das war sehr knapp, weißt du? Oh, das ist Level fertig, gewinne. Ich bin doch dabei. Du bist der Bar-Buffles? Präzise Sprünge, das ist nicht gut. Das ist nicht mehr ein bisschen. Ich wollte sagen, ich bin dabei, aber dann habe ich beim B gestoppt. Das hat wie Buffles auch gehört. Wie Buffles angehört. Kein Felsich. Och, schäme dich. Hä, hallo? Bist schlecht. Nein. Doch. Ich bin nicht schlecht, ich bin gut. Bist schlecht. Ich bin... Ah, mit der Point. Oh, die Blöcke gucken die Börse an. Sie wollen das sagen. Hey, geh weg, ich hasse dich. Ich brauche einen P-Switch. Brauchst einen P-Switch? Ich brauche ein Leben. Brauchst du nicht, Robben. Ich habe aber kein Real Life. Ich brauche eins. Ja, aber du hast doch hier genug Leben, oder? Also, man kann mich nicht irgendwie austauschen. Du hast hier... Gleich... 97 Spiel live, dann könnte ich jetzt 97 mal 1000 drei Jahre alt werden. Wow. Unfassbar. Und also jetzt kannst du 0 mal 1000 drei Jahre alt werden? Einmal. Du sagst doch, du hast kein Leben. Ja, sch... Shit. Ha. Nein. Nein. Wenn du nur gegen einen Fehler... Ja. Sehr schlicht. Kannst du gar nicht altern. Schlicht. Alles ist schlicht. Ich weiß. So ist es halt. Nichts ist gut in einer Welt und der Demokratie die Welt beherrscht. Äh, wie kommt es da drauf? Das ist... Ich weiß, den muss ich wohl mitnehmen. Weil der größte Teil der Welt durch Demokratie beherrscht wird. Glaube ich so. Zumindest in Europa. Aha. Ja. Oh. Mach weg, sonst kriege ich noch YouTube Strikes. Nein, ich mache die Musik ja und so. Ich betone dich. Ich bin gar nicht kurz in der Welt. Ne, klar. Das geht schon in Ordnung. Epic Saxke ist doof. Er ist doch cool, aber er ist doof. Er ist cool, nicht doof. Aber er ist doof. Er ist cool und doof. Er ist cool, nicht doof. Er ist cool, doof, fällt glücklich und... Oh, da ist auch ein Secret. Holst du dir. Er ist cool, fällt dumm, glücklich und fällt. Da ist ein Secret, holst du dir. Vielleicht war das ja der richtige Ausgang. Ich weiß es nicht. Wo geht es denn dort überhaupt? Dann warte ich, guck mich es an. Das weiß ich. Da unten sind wir hergekommen. Wo geht es denn? Haben wir das Ende des Spiels erreicht, wenn wir da vorne sind? Schauen wir, wie viele Loops drauf wir hier sind. Genug. Ne, aber vielleicht haben wir das Ende des Spiels erreicht, wenn wir da vorne sind. Nein, das glaube ich kaum. Das Ende sieht bestimmt spektakulärer aus. Nein, das ist Maru 7, vergiss es. Ne, da vorne brauchen wir einen Schlüssel. Das ist die Wicht. Ich mache hier weiter. Das brauchst du halt den E-Klück. Ich gehe da jetzt rein. Ja gut, da suche ich das eben nachher. Das ist mein Level. Klar. Kann ich verstehen? Ja, schade. Oh, guck. Das sind Stacheln. Wer rechnet mit so etwas? Das weiß ich. Das ist ein Stacheln. Sie sehen nicht aus wie Stacheln. Sie sehen aber cool aus. Ja, aber sie sehen nicht aus wie Stacheln. Ja, aber das Level sieht cool aus. Äh. Friedhof. Emo. Gothic. Hier. Ich fühle mich unter meinem Pilz so unsicher, gerade wenn ich hier vorne die Stacheln sehe. Wieso? Stell dir vor, die Wolken könnte ich auch angreifen. Ja, Ironbiddy Guy. Warum haben wir kein Ironbiddy Guy ins Ömeriwold erstellt? Das gibt es sogar. Das ist unwichtig. Achtung, Gräber. Ja, ja, ja. Es ist kein Ironbiddy Guy. Die werden wir hier keine Gräber als Bösen stellen. Ja, stimmt schon. Aber ich bin da dran gewöhnt. Tut mir leid. Die Gräber sehen trotzdem gefährlich aus für mich. In meinen Augen sind die gefährlich. Immerhin, du bist schon bei der Hälfte. Ja, ja. Das ist gut. Ich habe was geschafft. Steine? Äh. Was? Was? Hölle? Warum hast du ein anderes Gesicht? Das sieht ein bisschen gruselig aus. Warum sind die glücklich? Warum hat er ein anderes Gesicht? Der ist unter Drogeneinfluss. Oder er fände Mario sexy. Ah. Kann beides gut sein. Wow, meine Geschwister schreien auf ihr rum. Ich glaube, ich trete mal einen Schluck Eistee. Denn sonst, meine Stimme kommt gerade nicht voll zum Einsatz. Ich habe Angst. Wieso? Ein Glück, dass wir den blauen Schalter haben. Sonst würde ich da nicht durchkommen. Ja, das ist nicht mit meinem Level. Warum sieht der so anders aus? Er ist anders. Er ist anders. Ja. Lass ihn anders sein. Lass ihn anders sein. Er ist auch cool. Ich mag ihn so. Anders sind es gut. Das sind die Trollgegne, die einfach so mal von rechts auftrauen. Das sind wie die Vögel in den Puhren. Sehr froh, dass das chinesische Stich von links kommt. Von rechts ist immer gut. Rechts ist gut. Ja. Oh, wenn ich Rutsch schande, kann ich das holen. Ein Diamant, egal, brauche ich nicht. Da brauchst du es richtig nicht hier. Achtung. Komm, nicht nochmal auf mich. Oh, das passt doch auf. Wundervoll, wundervoll. So, ich muss ich... Na, super. Wundervoll. So, mal sehen, was man da überlegen könnte jetzt. Dann muss ich... Jetzt gehe ich nochmal nach In and Out und suche, dass es sich wird. Ja, viel Spaß dabei. Das werde ich auf keinen Fall holen. Ich schon. Toll. Castle 6, auch... Das war 6. Welt, okay. Die 6. Welt war viel einfacher als die 5. Finde ich. Ich auch. Ich gehe trotzdem hier rein. Ich will das... Wartel, da oben ist ein Weg. Und hol ein Trampolin da her. Ja, gut. Und hab nur ein Leben. Dann kannst du dich wieder ins nicht begehbare klitschen. Nein, danke. Warte, komm mal. Du bist rechts gegangen. Gangemal lang gegangen, weil du ein deutscher Staatsbürger bist. Aber dann ist es eh nichts. Ja, stimmt. Nur eine Olle. Ah! Also links ist eh schlecht. Egal, was du machst. Rechts immer. Immer nach rechts. Es ist aber wirklich so. In jedem einzelnen Spiel. Immer. Es geht fast immer nach rechts. Eigentlich fast ohne Ausnahme. I, One of the Guy. 2, äh, Super Mario World. Egal was. 2D geht generell nach rechts. Ist doch gut. Das wäre eine Intention darin. Ja. Wurde bestimmt alles von rechts gestellt. Diese Spiele hier. Als wären dann Nazis in Amerika oder Japan oder was weiß ich. Ja, klar. So. Das ist sehr einfach. Schlecht. Das ist sehr einfach und verdient den Pils. Schlecht. Du bist schlecht. Du bist schlecht. Okay, also ich glaube, ich muss wohl den P-Switch da am Anfang mitbringen. Vielleicht bist du da links. Ne, ne. Nicht nach links. Ja, wie gesagt. Ich bring den P-Switch einfach mal an den Anfang des Levels. Vielleicht kann ich da irgendwie überhoben. Das wäre sehr sinnvoll. Das wäre sehr logisch. Das wäre sehr toll. Kein Schwachsinn. Ich bin mir sehr sicher, dass es klappt. Rekennschluss. Du denkst zu viel. Denk nicht zu viel. Lass mich denken. Ich denke wie Mavo. Ja. Mavo denkt. Ja, er denkt. Manchmal. Hoffe ich jedenfalls. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Mavo sich bei diesem Hektliches gedacht hat. Wieso? Das ist doch noch gut. Was hast du denn? Gerade die Bosse. Ja. Die Bosse sind... Und die Schwierigkeitskurve. Die geht irgendwie bergauf und bergab. Sieht aus wie die ganzen Grafen im Mathematik, die ich momentan male. Oh Gott. Die sind... Ne. Die Schwierigkeitskurve... Ne. Du musst allerdings hochgehen, denk ich mal. Ja. Ich weiß schon. Aber ich will trotzdem hier zum Sicherheit was bei mir machen hier. Die Schwierigkeitskurve ist sehr interessant. Ich weiß. Die Schwierigkeitskurve sieht aus wie alle Funktionen... Siehst du? Das ist ganz klar. Die Schwierigkeitskurve sieht aus wie alle Grafen, die ich in Mathe heutzutage zeichnen muss. Es geht erst hoch oder es geht wieder runter oder es geht wieder rechts, dann links hoch, runter, was weiß ich. Es gibt keinen Sinn. Rechts. Rechts hoch. Es geht ja generell immer rechts, auch um Mathematik geht immer. Rechts ist Plus, links ist Minus. Das ist gut so. Schlecht. Schlecht. Sieht aber, das sieht aber spaßig aus. Ich erkenne zu viel Meatball hier drin. Ich finde es gut. Ich erkenne zu viel zu viel Meatball hier drin. Ich will nicht mehr. Keine Lust. Das ist doch einfach. Das sieht... Ich erkenne zu viel zu über Marie Prost 1 hier drin. Oh. Das schaffst du schon rufen. Alter, wie unlogisch das alles ist. Lass es einfach. Das ist aber unlogisch. Lass es einfach so. Mama. Ja? Mama. Ja, dein Kind, dann schreibt Mama. Also im Hintergrund. Das hört man. Ja, was weiß ich. Das ist doch egal. Dann hören wir das Leben in 2Shore auch. Das ist doch vollkommen egal. Die Mutter wird niemals kommen. Oh nein. Spannendes Level. So gut. Ich fühle jetzt mal ganz logisch analysiert. Du bist in einem Käfig gefangen, der sich nach vorne bewegt. Okay. Soweit alles noch in Ordnung. Okay, total in Ordnung. Aber du wirst in diesem Käfig nicht mitgehen. Weil es würde dich an der Wand zurückhalten, wenn du nicht läufst. Als würde dich Wind zurückdrücken, ja. Äh, ja. Und, ähm, dieser Käfig kann Blöcke durchgehen. Einfach so. Lass ihn halt. Es gibt keinen Sinn. Es ist unlogisch. Es kann so farb aussehen, wie ich es will. Es ist unlogisch. Es ist Mario-Logik. Es ist Marbo-Logik. Schlecht. Die verstehen nur, die höchste SM-V-Hacker. Sehr witzig. Also ich. Ich sehe auch nicht. Ich, ich, ich verstehe sie. Bei meinem, äh, Super Mario Notebook, CoinBlood World. Ja, ja, ja. Das war der Meisterheil. Da habe sogar ich mit meinen Super, äh, Copy-Paste-Skills im Level erstellt. Tss. Ach, genau stimmt ja. Da hast du auch was gemacht. Ich habe einen Level-Pan-Copy-Paste-Skills erstellt. Das hat mir so gefallen. Da schreit er mal drum. Ich muss es übertönen. Hey, der will heute mal seine Mama sehen. Die Mama wird niemals zukommen. Mama soll kommen, bitte. Boah, jetzt wird niemals kommen. Die soll aber. Immerhin, das hält an. Immerhin. Wow, also das war jetzt sehr nötig, oder? Ja, auf jeden Fall. Ah, das ist Castle 6, oder? Ich will es nicht wissen. Ja, das ist Castle 6. Mavo, das Eis-Castle war so viel einfacher. Ich denke, der gibt einen Hubs, denke ich mal. Das Eis-Castle war einfacher? Äh, war schwer. War schwerer, meinte ich natürlich. Einfach? Ich dachte schon, ihr. Was ist mit dir los? Mavo, das Eis-Castle war um einiges schwerer. Äh, warum? Bleib doch mal. Eine Schwierigkeitskurve in einem Spiel sollte gerne dann immer nur hochgehen, nicht runter. Außer man hat ein paar kleine Pausen. Nette Pausen mit netten Leveln und Blumen. Ja, super. Als hätte ich... Ich mag Blumen. Okay, hier hoch. Mavo, warum? Das alles ist sehr einfach. Aber es macht Spaß, es ist schön. Ohne Midwaypoint zum Boss. Äh, kannst du da stehen und da war das jetzt eigentlich ein... Ich wüsste nicht, das... Okay, spring nicht aufs Gelbe, spring nicht aufs Gelbe. Gott, was soll das? Das hat mich irritiert. Ich dachte, das wäre das so. Das waren die gelben Dinge, die man durchlaufen konnte, oder waren die anderen, die man durchlaufen konnte? Also jetzt... Ich arbeite jetzt einfach mal eiskalt während der Aufnahme an meinem, äh... Ding für, äh... Kein Midwaypoint? Mavo? Nee. Hast du sie noch alle? Ist doch vollkommen okay. Oh. Was war das denn? Ich... keine Ahnung. Irgendwie wollte ich anhalten. Lob, schlecht. Ich war in die Eis-Physik doch gewöhnt. Jaja, klar. Äh, Mavo. Kein... Kein Midwaypoint. Ist doch egal. Erstjahr warst du rum von wegen, äh, das ist viel zu einfach. Und jetzt, äh, kein Midwaypoint, äh, kein Midwaypoint, äh, kein Midwaypoint, äh. Ja, aber jedes Level sollte einen Midwaypoint erteilen. Ein Level, das keinen Midwaypoint erteilen ist, gameplaytechnisch schlecht. Sagt der G-Skilled-Test-Smb-Hacken-Nover-Mon. Ich erstelle ein anderes Spiel. Und ich weiß, dass man gutes Level-Design immer anbringen sollte. Und das ist kein gutes Level-Design. Doch, das wohl. Dieses Level ist ein technisches Spiel. Das Level ist von der Schwierigkeit, äh, ohne Midwaypoint schaffbar. Es ist doch egal, es ist schlecht, mit Midwaypoint her. Das Einzige, das Einzige, was ich vermisse, ist, ist ein Pilz. Ich vermisse Midwaypoints vor Bossen. Das ist generell. Es bist du vor jedem Boss ein, mit Midwaypoints, ein Zypilis vor Deeson zum Beispiel. Aha. Wieso, der ist doch einfach. Nee, aber das gehört dir einfach so. Aber auch das hier ist sauer einfach. Schau's dir an. Ja klar, das ist alles noch einfacher. Ich hab am Anfang Abend bis Pech gehabt. Ja, 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 klar. Ich hab alles da geschafft, aber ich. Ja, ja, okay, okay, okay. Äh. Nein, aber das, das sieht so gefährlich aus. Ich bin der Meinung, dass man mit Midwaypoints für die Post platzieren müsste. Einfach generell, weil. Ja, Hoven, natürlich. Soll ich jetzt auch bei meinem Fan-Game die ganze Schwierbe-Lüfe der Post wegnehmen, hä? Ja. Das macht dann sehr viel Spaß, Hoven. Genauso wie ich hier ist, macht keinen Spaß. Das ist schlecht. Warte, sieht's für mich nur so aus. Oder sind die Ecken da ein bisschen abgehackt? Die sind abgehackt. Sieht hässlich aus. Schlecht. Tja, eine Beleidigung für die Augen. Schlecht. Ist hier auch so. Ja. Schau's dir an. Schlecht. Okay, hier kann man einfach durchgehen, ohne irgendwas. Schlecht. Ist schlecht. Zu befürchten. Ganz normal. Ja, warum auch immer. Macht für mich nicht sehr viel Sinn, aber egal. Es wäre als würde dann ein hoher Ton erklingen, den Menschenohren nicht hören können und den die Betriebs aufweckt. Den hören wir aber. Den hören wir aber. Weil sie auch Ohren haben. Auf jeden Fall. Was auch sonst. Verfasser schwere Blume. Du hättest sterben können. Ja. Du hättest das nicht tun dürfen. Da ist ja ein Pilz. Jetzt rein da und den Boss. Sie haben schon 15 Minuten. Ich will keine Überlänge. Überlänge ist schlecht. Überlänge ist gut rufen. Okay, das Gelbe ist nur für Gegner. Das würde der Kerl reinfallen. Außer das Schusslerb. Logisch. Hör auf damit. Ist dich nicht lieb. Hör auf damit. Ah. Der Helg ist schon. Also die gelben Blöcke sind nur für die Gegner, nicht für dich. Das würde der da reinfallen. Okay. Ob ich zumindest. Das würde das Ganze nicht geben. Auf damit. Gott. Was ist das? Wieso bist du da rechts gerannt? Ich hatte Angst. Links, links, links. Ich hatte Angst, dass er mich trifft. So, jetzt stelle ich dich nicht so an. Jetzt muss ich nämlich meinen Banner bestalten. Ich könnte auch noch Game Maker während der Nix. Das kann ich nicht, weil ich auch Game Shit. Ha. Pah. So weit, so gut. Es ist einfach so dumm, dass dieser Boden einen nicht mitbeweht. Es gibt keinen Sinn. Ist einfach unlogisch. Und das ist schlecht. Ist doch egal, Rufen. Ist schlecht. Unlogisch ist gut. Nein. Doch. Doch. Es ist einfach so. Jetzt klopfen. Jetzt rasen. Scheiße. Darfst. Ich bin dabei. Du darfst. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Hallo. So. Ähm. Nichts ist passiert. Yay. Es geht doch schnell voran. Es ist einfach so spannend. Aber echt. Warum hast du da Probleme mit diesem Level? Das ist so einfach. Weil der Boden... Ja. Ich wollte dir Münze. Weil der Boden sich nicht mitbewegt. Weil der Boden dich nicht mitbewegt. Das ist jetzt für dich. Und er wird dir gar nicht jeder Plattform die Möglichkeit hat mit... Die sich nach rechts und links bewegt. Die möglichen Möglichkeiten nehmen dich mitzunehmen. Das ist scheiße. Das gibt Leute die machen das. Das ist echt scheiße. Ja. Total. Das ist asozial. Ja. Und das ist ärztlich nicht vertretbar. Was kostet das für Ärzte? Keine Ahnung. Es ist halt einfach nicht... ...physiologisch und psychologisch und physikalisch. Ja, 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 ja. Recht dran. Alles ist gut. Alles ist gut. Was war das denn? Schlechte Hit-Kunschens. Echt? Warum? Was ist los? Warum schaust das nämlich? Das ist eigentlich so einfach. Weil der Boden scheiße ist. Oh. Ein Hund bellt. Wurf. Wurf. Dieses Level enthält Hunde. Nein, das ist nicht das Level. Das ist mein doch toller Hund. Nein, das ist der, der enthält Hunde. Den du eh nicht magst. Ich schläge dabei, das ist der, der enthält Hunde. Nein, stimmt nicht. Das ist alles. Ha, ich hatte Münze. Das Level contains dogs. Oh nein, nein, wuff, wuffers. Wuffets. Wuffs. Wuffets. Was ist Wuffets? Wuffets. Ah ja, kennst du nicht den phänomenalen, äh, berührenden Twitch-TV-User, äh, wuffers, also W-O-O-F-E-R und dein großes Z? Nein. Du kennst ihn nicht. Nein. Schäme dich. Wieso sollte ich? Ha? Wieso, was, was macht er denn? Ah ja, er ist Wuffers. W-wa, ja, was macht er Spannendes? Der hört sich so auf Wuffers. Sehr, 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 sehr spannend und toll und was auch immer. Und dieses Level ist immer noch langweilig. Der Boden ist nicht bei doof. Was war das? Das war riebchen. Das sah lächerlich aus. Ich glaube, rechts bin ich auch noch in die langen Lauffall. Haben wir jetzt 25 Minuten, haben wir was geschafft? Ja, haben wir was geschafft. Okay, dann tschüss. Also, gleich tschüss. Was? Äh, tschüss. Ja, tschüss. Schnellt beenden. Ich kann's öffnen. Spann. Tschüss.